Unser letztes Hotel, das Mountain Hotel, auch neu renoviert. So, hier sieht man nochmal das Hotel Mountain. Und gleich daneben das neu errenovierte Hotel in Hong Kong. So, hier sieht man nochmal das Hotel in Hong Kong. So, hier sieht man nochmal das Hotel. So, hier sieht man nochmal das Hotel in Hong Kong. So, hier sieht man nochmal das Hotel. Hier sieht man das Hotel in Hong Kong. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020